Guten Tag Freunde und herzlich Willkommen zu nur einem kurzen Video Warum CSGO so viel Spaß macht wie noch nie Und so, seht selbst Ja Oh Ihr könnt das ganze auch noch mal aus seiner Perspektive sehen Dafür muss ich noch mal kurz zurückspulen Da gucken wir uns das ganze noch mal aus seiner Perspektive an Wie, also was für ein gutes Aim er hat, muss ich ja sagen Das ist ja göttlich sowas Hat bestimmt auch nicht gehackt oder so Also es ist einfach nur noch lästig Ja Und so ging das die Runde weiter Also der Typ war einfach nur krank Gut, das war so ein kurzer Ausschnitt Was ich so den Tag mache im CSGO Und ja Dann hoffe ich euch hat's gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, macht's gut und Ciao